Hallo meine Lieben, herzlich willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spiele-Magazin und ich habe ein kostenloses Spiel für euch gefunden. Mayday Mayday heißt es derzeit auf Steam, denn Tomb Raider gibt es tatsächlich gerade für Umme. Hier zu sehen, ihr könnt es einfach zu eurem Account hinzufügen, ist das nicht geil? Ich meine, Tomb Raider ist jetzt natürlich nicht mehr ganz brandaktuell, ist aus dem Jahr 2013. Aber ich denke, wir sind uns einig, das ist ein echter Knaller. Steam überrascht uns hier wirklich mit einem Stay-at-home-Angebot, bitte nutzt es aus, bleibt auch hier zu Hause, zockt und sehr gerne natürlich Tomb Raider, jetzt gerade kostenlos bei Steam. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir schreibt, wie ihr das Spiel findet, wie ihr das Angebot findet und wenn euch solche Videos zu weiteren Angeboten gefallen, dann lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen in diesem Sinne, ich bin Captain Bam und ihr seid die Besten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! 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 Ciao!